Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer Zwischenfolge, sagen wir mal, oder einer Extrafolge von Diablo. Max und ich haben ein bisschen in der Season gespielt, haben ein paar Paragon-Punkte gesammelt und sind soweit in der Season fortgeschritten, dass wir auf den Zerstörer kommen, also den Rangzerstörer. Da wird von uns verlangt, eine Errungenschaft abzuschließen und diese wollen wir machen und zwar, das haben wir uns ausgesucht, Habgier. Klingt viel, 50 Millionen Gold ist auch eine Menge zu sammeln. Es gibt da verschiedene Wege und den einfachsten Weg, meiner Meinung nach, den zeigen wir euch jetzt. Mit dabei ist natürlich der Max. Hallo. Hallo. Nein, ich kam heute noch mit auf die glorreiche Idee und hab Max gewartet, wenn mir eben helfen will. Und zwar haben wir ein paar Bounties gemacht. Also, ein paar Bounties. Ein paar viele. Also ihr seht hier so zwei Drohnenfächer voll Bounties. Geht mit dieser Season 15 recht einfach, weil ihr kriegt immer zwei Kisten und so weiter, ne? Also, folgendermaßen. Wir packen als allererstes, drücken wir F1 und packen den Gefährten weg. Der Gefährte ist ganz böse hierbei. Ablegen. Kein Gefährte, sonst nichts machen. Ähm, sollt ihr Jäger sein und die Frettchen draußen haben, packt diese auch weg. Irgendwas, was Gold aufsammelt, packt es weg. Das ist böse. Pui. Okay, dann stellen wir uns an die Kiste und laden sämtliche Dinger in unsere Tasche rein. Ladet euch somit jetzt die ganze Tasche voll mit Kisten. Ja. Wenn wir dies getan haben, öffnen wir all diese Kisten und bewegen uns nicht. Wir öffnen die jetzt gerade mal alle. Dennis macht mal vor, ich warte mal ab, ob er sagt, es funktioniert oder nicht. Genau. Und jetzt öffne ich die Kiste wieder vorsichtig draufdrücken. Nichts anderes anklicken. Ja, ihr seht, äh... Also, der Strahl leckt schon ganz heftig. Ja, es ist ein bisschen viel, weil es viel rauskommt und es leckt wirklich hart. Ja, jetzt drücken wir wieder F1, drücken auf den Gefährten und holt euch irgendeinen Gefährten. Ich nehme jetzt hier diesen Totengräber, anlegen... Mein Staubsauger. Und sag Escape. Und Everest. Und abgeschlossen. 71 Millionen Gold haben wir instant abgeschlossen. Habt ihr Erfolg, weil euer Pet das instant aufsammelt. Ja? Ihr seht... Ja, selbst wenn dein Pet sammelt ja nach und nach alles ein. Ja, genau. Wenn er das für 20 Sekunden braucht... Das ist egal, aber... Die Streak unten nicht abbricht. Ihr habt alles. Und was ich euch sagen kann, wir haben sechsmal Bounties gemacht, alle. In den öffentlichen Gruppen, was viel schneller geht, als wenn ihr das solo macht. Also sucht euch eine öffentliche Gruppe auf Qual 13, ja? Und macht fünfmal alle Bounties. Dass ihr quasi zehn Kisten aus jedem Aktteil habt. Und dann habt ihr eigentlich mehr als genug an Gold. Wir hatten jetzt 71 Millionen, was vollkommen ausreichend war. Wie ihr gesehen habt, kein Hexenwerk, kein gar nichts. Wünsche euch viel Spaß dabei beim Nachmachen, beim Nachfarben. Bis dahin, macht's gut.